hallo und willkommen zurück zu get by daylight ja wie man sehen kann wir zocken mal wieder mit dem doktor so wo sind denn die ganzen guten patienten hier die brauchen eine spezialbehandlung was geht schon wieder bei dir muss er mich schon wieder zurück wo ist er denn hin müsste ich erst mal suchen wo es hin ist so bitteschön das machen wir gleich aus mein freund oh guck mal hier kommt doch irgendwo jemand hier ist doch gerade irgendwo sag ich doch hier war doch irgendwo jemand ja ja so und dann kriegst du noch einer und schon liegst du auch im dreck und wieder an den geisterhagen schön wenn das immer klappt okay da geht er auch zurück sehr gut die hat sich erst noch geheilt schon wieder ein tut ihm gesegnet unten links von mir muss jemand gewesen sein der geht oft zurück hier haben wir ein totem das machen wir auch gleich aus bitteschön sehr gut oh hallo zu spät gesehen dass er das zündet weiter die gehen wir mit dir ein totem gesegnet auf den sack das gibt es auch gar nicht das ist schön das tut ihm ja das in todem segnen gibt es auch gar nicht der eine da der bitteschön meine gute bitteschön 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 die schade mein freund hat wenn ich so ganz geklappt hab Wow, was geht bei dir, mein Freund? Du denkst, wo ich herdisch nicht, wenn du hier nach mir herrennst? So, okay, dann nehmen wir dich halt gleich raus. Wow, ist er da hinten, Afka. Tatsache, er ist wirklich in den Schrank gegangen und ist Afka. Wow. Okay, dann ist das schon wieder für die Runde. Dann war es das schon wieder, würde ich sagen. Wow, ich habe keinen erwischt. Okay. Okay, jetzt weiß ich, wenn man die Toten segnet, das müsste dieser Chef sein. Dieser Chef müsste das sein. Also, okay, jetzt geht es letztendlich. Na komm her mein kleiner Freund, du willst das doch auch. Ja, von mir aus können die anderen ruhig erstmal ein Chen machen, das ist alles gut. Okay, der andere scheint gar nicht mehr auf Karte zu sein, der bewegt sich anscheinend wieder. Er scheint wirklich wieder da zu sein, ja er ist wieder da. Er ist wieder da, sehr gut. Er ist wieder da, sehr gut. Na guck mal, wen haben wir denn da und dort haben wir jemanden, dort haben wir jemanden. Hallo? Huch! Du bist jetzt tot. Schon wieder ein Totem gesegnet, kann doch nicht wahr sein hier. Oh! 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 Halt's du Knicken, das tut er. Das müsste... Oben der, der, der. Ich hab keine Ahnung, wie heiß sein. Ja. Bitte mitkommen. Du hängst das auch zum zweiten Mal an. Bitte schön. Okay, die Frage ist jetzt nur, lässt er sich sterben oder nicht? Okay, er ist hier nicht in der Nähe. Da hinten ist er. Da hinten, Rinder. Den holen wir uns jetzt. Er hat sich sowieso sterben lassen. Komm, hier bist du den Haken. Ah, ich denk doch mal schon, es müsste klappen. Komm schon, bitteschön. Sehr schön gemacht. Ja, dann war's das hier, die Folge. Ich danke euch natürlich fürs Einschalten und fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und haut rein. Bye. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020